Hallo liebe Musikfreunde, in den letzten Wochen bei den Programmierarbeiten für das neue Soundpaket Entertainer First 2 habe ich auch so einen Sound a la Captain Cook, die singenden Saxophonen im Ohr gehabt. Und der habe ich ein bisschen, nicht auf meinem, da ist es unverkehrt, also nicht direkt auf meinem, sondern dem vom PA4X Musikant gearbeitet. Und was dabei rausgekommen ist, hört ihr jetzt. Viel Vergnügen, bis später. Musik 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 Musik